Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Habt ihr schon mal Eistee mit Energy-Geschmack gehabt? Im Trinkpäckchen, fertig zubereitet mit einem lilanen, äh, was ist das? Löwen drauf, Puma, ne Puma sind schwarz, von Durstlöscher. Das haben wir nämlich hier vorbereitet, guckt euch das mal an. Durstlöscher hat jetzt einfach Eistee-Energy-Geschmack gemacht. Habt ihr sowas schon gesehen? 500ml ist also auch eine beträchtliche Menge, auch ohne Taurin. Das heißt, es ist noch künstlicher als künstlich. Was ist denn? Schmeckt dir das nicht oder was? Energy ist ja schon künstlich, aber wenn ihr künstlichen Energy herstellt, also ihr verkünstelt nochmal was, was eh schon künstlich ist, weil es auch ohne Taurin ist, aber trotzdem, äh, mit... Es ist einfach, einfach nur reine Chemie. Das wollen wir jetzt aber mal probieren. Ich hab nämlich gerade diese Eier-Challenge gemacht. Dann gleich will ich mir hier so ein, so ein, äh, Curry-Kult-Bratwurst zum Mittag reinziehen und weil ich jetzt Durst hab, gibt's erstmal den Durstlöscher-Eistee-Energy-Geschmack. Ich find das Bild eigentlich relativ cool mit diesem Tiger. Wenn ihr einen Tiger seht oder was auch immer das sein soll, nehmt einfach ein Trinkröhrchen und steckt das denen in den Mund. Da freut er sich bestimmt. Das ist nämlich das, was Tiger eigentlich wollen, wenn die auf euch zulaufen. Die wollen einfach nur einen Schluck trinken. Wir stecken das mal hier rein. Gab's sonst noch irgendwas zu beachten? Erfrischungsgetränk mit Schwarztee-Extrakt und Energy-Geschmack angereichert mit Vitaminen enthält weder Taurin, Glucoronolacton noch Innosid. Warum soll man das denn überhaupt trinken? Das bringt ja dann gar nichts. Das ist ja wie alkoholfreies Bier, ja? Wir nehmen mal einen Schluck. Hat auf jeden Fall dieselbe Farbe wie ein normaler Classic Energy Drink. Hab jetzt gedacht, weil der Löwe, Puma, Tiger, weil das vierbeinige Wesen hier vorne drauf so leuchtet und so rosa ist, dass das vielleicht auch so eine rötliche Farbe hat oder so richtig reinknallt. Das ist aber gelb, hat so eine abgestandene Urinfarbe, ist als Durstlöscher wahrscheinlich, weiß ich nicht, also es hat keine Kohlensäure, das ist schon mal gut und trotzdem ist es kein Saft, trotzdem ist es keine Limo, ist kein Saft, es ist kein Wellness, Wasser, Geschmacks, Getränke, ich weiß nicht, was das ist, es ist, es schmeckt komischerweise. Es ist auch gerade gekühlt, ich habe es frisch aus dem Kühlschrank, es ist gekühlt, man kann es trinken, es löscht den Durst, muss ich wirklich sagen. 500 Milliliter ist auch eine gute Portion und ja, was will man dazu mehr sagen? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Durstlöscher mit Eistee-Energy-Geschmack, wenn nicht, probier das mal, ich kann da leider nicht mehr sagen, wo es her ist, aber vielleicht findet ihr das ja irgendwo oder jemand kennt das und weiß das und kann das nochmal reinschreiben. Ist auf jeden Fall mal was anderes, kann man auf jeden Fall probieren. So richtig diesen typischen Energy-Geschmack hat es eigentlich jetzt nicht. Es geht ein Stück in die Richtung, aber irgendwie überwiegt irgendeine fruchtige, saftige Note, die aber auch nicht zu süß ist. Das ist wie so ein Karsis-Getränk, Karsis-Wasser mit Geschmack, aber eben nicht so wässrig, sondern eher einen starken Geschmack, aber eben auch nicht so süß. Also keine Ahnung, wie genau man das beschreiben soll, auf jeden Fall ist es richtig genial. Schmeckt, kann ich nur empfehlen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Durstlöscher Ramses. Und dann, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Ah. Bis zum nächsten Mal.